How are you? How are you? How has your day been? How has your week been? How are you feeling? How is your mental state? Are you eating properly? Are you happy? Willkommen bei Danke Gut, dem Podcast über Pop und Psyche. Ich bin Miriam Babutwandi und ich habe mir vorgenommen, psychische Erkrankungen zu entstigmatisieren. Denn die meisten von uns kennen es ja aus dem Alltag. Jemand fragt, wie geht es dir eigentlich? Und man antwortet nur mit Danke Gut, obwohl es selten so gemeint ist. Deshalb treffe ich mich jeden zweiten Donnerstag hier bei Cosmo mit den unterschiedlichsten Menschen und wir führen ehrliche Gespräche über alles, was irgendwie mit der Psyche zu tun hat. Triggerwarnung. In diesem Podcast werden sensible Inhalte rund um psychische Erkrankungen bis hin zu Suizid besprochen. Am Ende des Podcasts und in den Shownotes findet ihr zahlreiche Hilfsangebote. Hallo Leute, willkommen bei einer neuen Staffel von Danke Gut. Und ich weiß, meine Sommerpause war sehr lang, aber ich sage euch ganz ehrlich, es war nach, glaube ich, fast 20 Folgen auch für mich nicht immer so einfach, mich in schlechten Phasen immer und immer wieder mit dem Thema Psyche befassen zu müssen. Deshalb erstmal vielen Dank für eure Geduld. Und um ab sofort ein bisschen mehr Struktur reinzubringen, arbeiten wir jetzt in Staffeln von je acht Folgen. Und heute kommt die erste Folge der zweiten Staffel und da spreche ich mit Nadja Benaissa. Nadja kennt ihr vermutlich alle, vor allem als Sängerin der No Angels. Es geht unter anderem um einen großen Zwiespalt, denn zum einen ist Nadja in einer recht strengen migrantischen Familie aufgewachsen und hat übermäßig viel Leistung erbracht. Zum anderen ist sie schon früher an die falschen Leute geraten und auch an Drogen. Und Suft spielt generell ein großes Thema in dieser Folge, denn Nadja neigt oft zu Extremen, sei es beim Ziel erreichen, Sport oder Musik, aber eben auch bei Drogen. Außerdem sprechen wir über ihr Verhältnis zu ihrem Körper, die ganze No Angels Zeit, von der Castingshow, dem Medienrummel bis zur Trennung und Comeback und vor allem darüber, wie sie es geschafft hat, dass es ja nach all dem heute so gut geht. Nadja, wie geht's dir? Danke, es geht mir sehr gut heute. Ja, du hattest ja auch gestern einen sehr schönen Abend, so sah es zumindest online aus, würde ich mal behaupten. Ihr wurdet ja für Ihr Lebenswerk, also die No Angels wurden für Ihr Lebenswerk ausgezeichnet, aber trotzdem bist du so fit und munter. Ja, ja doch. Ja, also es war wirklich ein unfassbarer Abend und ich bin immer noch ganz überwältigt und glücklich und bewegt von dieser Auszeichnung. Und ja, es ist halt schon krass, wenn man so, ich habe erst mal gedacht, als wir diesen Preis bekommen haben, dachte ich mir, hä, ich bin doch irgendwie viel zu jung. Und es war irgendwie so absurd, so erst mal im ersten Moment. Dann habe ich halt gesehen, okay, ja doch, in diesen 20 Jahren hat man ja doch sehr, sehr, sehr viele Menschen beeinflusst. Und es ist auch eine sehr, sehr außergewöhnliche Geschichte und von daher war das dann einfach so flashig, dann da zu stehen und nochmal so diese Retro-Perspektive zu haben, die letzten 20 Jahre irgendwie in fünf Minuten. Das war schon krass. Aber das, was du sagst, das ging mir jetzt auch so ein bisschen bei der Vorbereitung. Und du sagst, ich bin ja viel zu jung und du bist ja mega jung und trotzdem habe ich mich so durchgewurscht durch dein Leben und es ist so krass viel passiert. Und ich finde auch, wenn ich das so sagen darf, ist es eine super beeindruckende Geschichte, die du auch hast und wie du auch heute hier stehst. Aber ja, es ist, wie gesagt, super viel. Deshalb würde ich auch sagen, wir fangen wirklich bei dir ganz vorne an und dann fangen wir einfach ganz klassisch bei der Kindheit an. Was würdest du denn sagen, sind so die ersten Dinge, die du erst mal mit deiner Kindheit assoziierst? Also in der frühen Kindheit würde ich so eine große Freiheit damit verbinden. Also mein Bruder und ich, wir waren so immer draußen, immer gespielt mit den anderen Kids aus der Nachbarschaft, auf Bäume geklettert, ganz hoch geschaukelt. Also ich war auch so richtig wild, so eine richtige wild, immer aufgeschlagene Knie und blaue Flecken. Und es war sehr, sehr schön. Ich bin in der Arbeiterfamilie groß geworden. Meine Mutter war Krankenschwester, mein Vater war Kellner. Wir hatten eine sehr, sehr kleine Wohnung in so einer Wohnsiedlung, aber wir waren sehr, sehr glücklich als Kinder. Trotzdem hatte ich das Gefühl, ich glaube, wir werden häufiger heute über so zwei extreme Pole sprechen, dass es auch da schon anfing, auch zum Beispiel mit so Zugehörigkeit. Dein Vater ist ja Marokkaner, deine Mutter ist, glaube ich, serbisch-deutsch. Und dann bist du einmal in Langen bei Frankfurt aufgewachsen, dann gab es einmal diesen marokkanischen Part. Also ich kenne das ja auch sehr gut, aber wie war das für dich? Hattest du von klein auf auch schon dieses Gefühl von, irgendwie gehört man doch nicht so richtig irgendwo dazu? Ja, auf jeden Fall. Also natürlich habe ich das als Kind so nicht klar definieren können, jetzt rückblickend natürlich. Es gab einmal den marokkanischen, muslimischen Teil meiner Familie, mit denen ich sehr, sehr, sehr viel Zeit verbracht habe. Aber es gab auch immer eine Barriere, dass ich nicht ganz dazugehöre, weil ich auch kein Arabisch oder Marokkanisch spreche. Und natürlich macht das viel aus, wenn man sich nicht in derselben Sprache unterhalten kann. Also meine Großmutter, väterlicherseits, hat Jahrzehnte in Deutschland gelebt, aber konnte überhaupt kein Deutsch. Also nur Essen. Wir haben dann auch immer so mit Händen und Füßen gesprochen und ich habe da aber so viel Zeit verbracht. Und dann gab es die serbisch-deutsche Seite, mütterlicherseits, wo es ganz anders zuging, wo wir irgendwie meinem Opa geholfen haben, dann Wein zu keltern und so die Trauben zu zerstampfen mit den Füßen. Also für mich war das alles total normal, damals als Kind. Und ich finde das natürlich auch als total bereichernd. Aber dann gab es natürlich auch noch den Part, ja, in der Schule und ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen und es gab noch ein Mädchen, was so ein bisschen aussah wie ich. Sie war so lateinamerikanisch-spanisch gemischt und hat uns beide auch immer verwechselt. Ja, auch Klassiker. Sie waren auch wirklich ein bisschen ähnlich, muss ich zugeben. Wir hatten so dieselben Haare und lang. Und also es gab halt einfach niemanden, der so aussah wie wir. Und das waren dann so Kleinigkeiten, wo man aber schon gemerkt hat, man gehört nicht ganz dazu einfach. Ja, so keine Ahnung. Das hört sich jetzt wirklich kindisch an, aber ich durfte halt kein Engel spielen, weil Engel haben halt blonde Locken und solche Sachen. Und ich war aber so, ich möchte aber auch Engel spielen. Aber ich muss sagen, ich habe natürlich auch super viel tolle Erfahrungen gemacht. Ich war ja auch ein total süßes Kind. Das war ja mein großer Vorteil, dass mich die Leute auch immer schnell gemocht haben. Aber ich bin schon so aufgewachsen. Das war meinen Eltern sehr, sehr wichtig, dass wir wirklich, wir waren immer extrem ordentlich angezogen. Und wir mussten uns extrem gut ausdrücken. Wir mussten gute Noten liefern. Wir mussten uns einfach anstrengen, weil meine Mutter, das muss ich jetzt gerade zitieren, was sie gesagt hat, sie wollte halt nicht, dass wir wie so Kanackenkinder aussehen und auch dementsprechend behandelt werden. Und das war schon sehr, sehr leistungsorientiert, wie mein Bruder und ich erzogen worden sind. Ich habe manchmal echt das Gefühl, dass so wir Mikrakinder alle das gleiche Leben geführt haben, egal in welcher Generation. Das sind gefühlt immer die gleichen Geschichten. Jetzt angefangen bei den schönen Dingen wie Traubenzerstampfen oder über Rückenlaufen bei Rückenschmerzen. Das sind ja noch die lützigen Sachen zu echt diesem, du musst immer ordentlich sein, du musst immer overachieven. Ich glaube, manchmal sind wir einfach alle eine Person so gefühlt, wenn man diese Geschichten hört. Aber es war bei deinen Eltern ja auch so, dass sie, also dein Vater hat sich, glaube ich, krass hochgearbeitet dann auch, zum Restaurantbesitzer im Endeffekt. Und auch deine Mutter hat ja super viel gearbeitet. Was hat denn das für dich bedeutet, dass die so viel gehustelt haben? Weil bei dir spielt das ja später auch eine Rolle, dass du immer super viel gemacht hast. War das eher so eine Sache von, ey, eigentlich voll viel Freiheit, ich bin voll viel allein zu Hause, kann alles machen, was ich will. Eher ein Druck von, ich muss da auch mithalten. Was hat der Hustle deiner Eltern für dich bedeutet? Also ich bin damit sehr gut zurechtgekommen, dass meine Eltern viel arbeiten waren. Also weil ich schnell begriffen habe, okay, wenn die nicht da sind, dann kann ich machen, was ich will. Und das ist auch manchmal ein bisschen eskaliert. Also ich habe die verrücktesten Sachen gemacht und irgendwie, keine Ahnung, ja, ganzes Make-up von meiner Mutter genommen, alles zusammengemischt, so einem Brei und an die Wände geschmiert und so richtig Kuchen auf den Boden backen mit Mehl und Eiern und alles einfach auf den Boden schmeißt, also als ich wirklich klein war. Ja, also mein Bruder und ich, wir waren aber trotzdem eigentlich nie so richtig allein. Für mich hat es sich so nicht angefühlt. Mein Bruder, der war da ein bisschen sensibler, der hätte sich schon mehr gewünscht, dass meine Eltern mehr da sind. Ich war so, nö, finde ich cool, können wir rausgehen, können wir machen, was wir wollen. Und sie haben ja auch irgendwo drauf geachtet, dass immer jemand da ist. Also es gab wirklich immer nur so vielleicht kurze Zeitabstände, wo dann niemand zu Hause war. Ich habe jetzt ganz viel natürlich aus deiner Biografie, du meintest ja schon, so 100 Prozent siehst du dich ja jetzt nicht mehr in allem wieder, aber deswegen können wir auch mit einigen Sachen vielleicht aufräumen. Trotzdem schreibst du an einer Stelle, dass deine Kindheit auch von vielen Schuldgefühlen geprägt war. Kannst du erklären, warum? Wow, gleich zum Point. Sorry. Hey, fünf Minuten haben wir gebraucht immerhin. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was jetzt der Kontext ist in einem Buch, weil ich muss auch sagen zu dem Buch, dass ich das in einer Lebenszeit gemacht habe, in der ich wirklich sehr unter Druck war und sehr gestresst war. Ich glaube, ein Psychologe würde sagen, traumatisiert war und da einfach extern auch so viel Druck auf mir war, dieses Buch zu machen und ich mit vielem einfach, also ich würde das so nie wieder machen. So etwas sollte man wirklich machen, wenn man das selbst möchte, wenn man dazu bereit ist und auch mit seiner Vergangenheit so ein bisschen Frieden gemacht hat und aufgeräumter ist. Also würde ich jedenfalls empfehlen. Kann natürlich jeder machen, wie er möchte. Je älter ich werde, desto mehr meine ich vielleicht ein bisschen was zu verstehen, tue ich bestimmt nicht wirklich. Aber es ist tatsächlich so, dass ich in der frühen Kindheit schon sexuelle Übergriffe erlebt habe. Also nicht in der Familie, sondern extern, von externen Menschen. Und das habe ich aber auch eigentlich immer verdrängt und gar nicht wirklich daran gedacht. Und erst als ich dann älter wurde, kamen die Bilder wieder hoch und selbst als Erwachsener habe ich es gleich wieder verdrängt. Ich glaube, das ist ein Punkt, der in mir unglaublich viel von dieser Schuld und Scham ja einfach eingepflanzt hat. Weil ich erinnere mich noch, dass ich habe es natürlich auch niemandem gesagt. Also meine Mutter, mein Vater wären in Amok gelaufen, hätten alles getan, um mich zu beschützen. Aber ich habe es niemandem gesagt, weil ich in dem Moment, wo das passiert ist, sofort gefühlt habe, okay, das ist hier falsch, was hier passiert. Und ich habe mich sofort geschämt und schuldig gefühlt. Und irgendwie ist dieses Thema Schuld und Scham, hat sich dann irgendwie immer weitergetragen. Und habe das dann aber auch nie wirklich erzählt. Genau, also das ist so meine Assoziation, die ich heute mit dieser Schuld und Scham habe. Hat sich das Gefühl so weitergetragen, also auch in das spätere Leben oder falls ja, wie hat sich das geäußert? Ich meine, es ist ja ein Trauma, wenn sowas passiert. Und man ist dann auch wirklich hochsensibel, sage ich mal, mit dem Thema. Und ich war wirklich ein sehr, sehr, sehr hübsches, junges Mädchen. Und ich war auch schon sehr früh körperlich entwickelt, also mit elf Jahren. Also ich meine, heute ist es auch nicht mehr früh, aber ich war damals so eine der Ersten, die so halt Brüste hatte und einen weiblichen Körper hatte. Und ich habe, aber ich war eigentlich innen drin noch ein Mädchen. Und trotzdem habe ich aber viele Männer als Frau gesehen. Und diese sexualisierte Energie, die man so ständig abprägt als Mädchen. Ich konnte damit nicht umgehen, so mir war das irgendwie zu viel. Ich habe mich unwohl gefühlt. Ich hatte nicht dieses Selbstbewusstsein und diesen Selbstwert, den ich heute oft sehe bei jungen Frauen und wo ich mich freue und einfach denke, ja geil. Bei mir war es eher so, ich habe mich sehr unwohl gefühlt. Ich dachte, ein Mädchen sein oder Frau sein ist schon was Schlechtes so ungefähr, ja. Ich muss dazu auch sagen, dass ich, als ich in die Pubertät gekommen bin, dass sich halt auch das Verhältnis mit meinem Vater voll krass verändert hat. Also einfach, weil er ganz anders aufgewachsen ist und dann irgendwann einfach die Frauen so ein bisschen mehr für sich chillen und die Männer für sich. Und hier so in Deutschland und irgendwie, ich war halt voll das Papamädchen und er hat mich über alles geliebt. Aber als ich dann, als mein Körper sich verändert hat, hat er sich zurückgezogen. Und unsere Beziehung, also es gab keine Umarmung, es gab kein, nichts mehr in die Richtung. Und ich hatte auch das Gefühl, dass er eigentlich immer ständig sauer ist, aber er war eigentlich nur ängstlich. So, er hatte einfach nur Angst. Und das alles hat in mir so diese ganze Kombination von der frühen Kindheit mit diesen Übergriffen, mit diesen ständig immer wieder diese sexuelle Energie zu bekommen, mit der ich überhaupt nichts anfangen kann und nichts anfangen will, gepaart noch mit dem Verhältnis mit meinem Vater, hat wirklich so dazu geführt, dass ich mich als Mädchen, als Frau einfach schlecht gefühlt habe. Hast du irgendwas damit gemacht? Weil viele modifizieren sich ja, verstecken sich oder was auch ganz oft passiert, das denkt man ja gar nicht, ist tatsächlich dann so Übersexualisierung auch von sich selbst. Ja, also erstmal habe ich versucht, mich ganz hässlich zu machen. Also ich habe halt überhaupt nicht das getragen, was andere Mädchen tragen, weil sie hübsch sein wollten, sondern habe dann so mich so zu so einer grungeren Punkerin entwickelt. Und mein Vater hat mich gehasst dafür. Der Elter war eines jeden Auseinanderfoters. Ja, oh, ich habe dann in einer Rockband auch gesungen und so. Also so im Nachhinein, ich habe halt irgendwie schon alles so dafür getan, irgendwie nicht so sexy und hübsch auszusehen. Und als ich dann aber ein bisschen älter wurde, also so mit älter meine ich jetzt 13, 14, 15, hat sich das dann wieder geändert. Dann wollte ich irgendwie auch sexy sein. Und dann ging es eigentlich schon eher so in die andere Richtung, so in diese Übersexualisierung, ja. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist aus diesem Ganzen ja auch so ein bisschen resultiert, dass dein Vater oder deine Familie nicht nur distanzierter war, sondern auch, dass es mehr Kontrolle gab, oder? Also ab dem Zeitpunkt, wo ich in die Pubertät kam, hat mein Vater wahnsinnig versucht, alles zu kontrollieren, weil er wirklich Angst hatte hier vor, dass ich ihm irgendwie so auf die schiefe Bahn komme. Also es hat aber bei mir genau das Gegenteil bewirkt. Also ich bin dann immer mehr ausgebrochen und ich war dann auch wirklich so ein Runaway Child. Also ich war dann schon mit 12, 13 einfach immer abgehauen und raus und habe mich geflüchtet und gesehnt nach Menschen, die mich irgendwie lieben und akzeptieren, wie ich bin. Ich meine, es ist ja auch alles hochdramatisch, wenn man so in dem Alter ist natürlich. Man sieht natürlich nicht, dass die Eltern einen lieben. Man denkt, ich bin irgendwie nicht richtig, ich bin nicht gut genug. Also das ist das, was es in mir ausgelöst hat oder wie ich mich gefühlt habe in dieser Situation. Und dementsprechend habe ich mich dann auf andere Sachen konzentriert. Würdest du sagen, das war echt so dieses Klassische, ich will einfach rebellieren, weil wie du gesagt hast, das war ja dann die Phase so 14, 15, da hängst du ja mit Punks ab. Hast auch da, glaube ich, angefangen zu rauchen, zu trinken und hattest auch, glaube ich, erst eine Drogenerfahrung auch in dem Zeitraum rum. Würdest du sagen, das ist echt dieses Klassische, ich will irgendwie so Freiheit haben, rebellieren oder steckt da noch irgendwie was anderes hinter? Ich denke, es steckt was anderes dahinter. Also natürlich wollte ich ausbrechen und ich habe mich auch wirklich sehr eingeengt gefühlt, weil ja, es war einfach sehr, sehr einengt zu Hause. Aber bei mir war es auch tatsächlich so, als ich das erste Mal geraucht habe oder Alkohol getrunken habe oder Drogen genommen habe, dass ich sofort diesen Effekt hatte von, ach, das ist es. So, jetzt fühle ich mich gut, jetzt fühle ich mich frei und also es hat sofort bei mir etwas ausgelöst, so in meinem Denken und Fühlen und das war für mich dann die logische Konsequenz in diesem Alter, dass das eine sichere Bank ist für mich, um mich gut zu fühlen, um Kontrolle zu bekommen über meine Gefühle und meine Gefühle zu manipulieren. Ja, das finde ich strafft, weil wenn ich so an mich denke in der Zeit, also wie gesagt, ich glaube, wir haben bis zu einem bestimmten Zeitpunkt einen relativ ähnlichen Lebenslauf fast schon und da ist es bei mir aber zum Beispiel gekippt, auch bei einer sehr kontrollierenden Familie und alles drum und dran und ich wollte auch ausbrechen, aber ich glaube, mein Glück war wirklich, dass es mir nicht so viel ausgelöst hat. Ich habe natürlich auch alles probiert, aber das finde ich dann schon wieder faszinierend, wie Psychen und Körper und alles dann doch so unterschiedlich reagieren und dementsprechend das ganze Leben beeinflussen können, weil ich neige bis heute dazu, ich suche die ganze Zeit Mittel, um mich abzulenken und suche so Bewältigungsmechanismen auch in ungesunden Sachen, aber hatte echt irgendwie Glück, dass die immer nicht so gefruchtet haben. Aber was war dann danach? Also dann fingst du an, dann hast du gemerkt, das tut dir alles gut. Das tut mir auch voll leid, ich überspringe bestimmt die ganze Zeit so viel, aber ich will dich ja auch nicht fünf Stunden festnageln. Also die erste so Konsequenz quasi, jetzt mal davon ab, was es ja eh die ganze Zeit mit dir gemacht hat wahrscheinlich, dass sie auch irgendwann Sozialstunden aufgedonnert bekommen. Das war ja auch so in diesem Zeitraum, oder? Genau. Ja, also ich hatte dann auch schon so ein paar kleine Gerichtsverfahren gehabt, also wegen, also von Lappalie, von Schwarzfahren bis Drogen und habe dann dementsprechend auch hier und da mal eine Strafe bekommen. Genau. Also es hat sich eigentlich sehr, sehr schnell bei mir eine ganz, ganz starke Suchterkrankung manifestiert. Und ich kenne sehr, sehr viele Suchtkranke, die auch in der Genesung sind wie ich. Und es ist wirklich erstaunlich, weil es ist wirklich ganz egal, wo man herkommt und was für eine Geschichte man hat. Entweder man hat diese Krankheit oder man hat sie nicht. Und wenn es diesen Effekt hat, dieses, ach ja, das ist es jetzt, dann hast du diese Krankheit höchstwahrscheinlich. Und deswegen war das bei mir innerhalb von ein paar Monaten wirklich so, also von ich rauche eine Zigarette und trinke ein Bier zu ich bin ein Crack Junkie auf der Straße. Und wirklich am Sterben. Und das ist halt wirklich natürlich ein extremes Beispiel. Das ging dann irgendwie so zwei Jahre. Dann konnte ich, konnte ich damit aufhören, weil ich, weil ich schwanger war. Also es war irgendwie auch so ein Wunder, dass ich überhaupt aufhören konnte. Aber ich hatte mich nie mit dieser Krankheit auseinandergesetzt können und wusste auch nicht, was diese Krankheit für mich bedeutet. Ich dachte halt, okay, ich nehme keine harten Drogen mehr. Ich rauche Zigaretten und ich trinke mal einen Wein und dann ist okay. Und so bin ich auch viele, viele Jahre eigentlich damit gut durchgekommen. Ja, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass das so natürlich nicht funktioniert. Ja, also da gehört schon mehr dazu. Also wir können das Thema auch gerne vorziehen. Wie hat sich denn die Suchterkrankung dann später manifestiert? Hattest du ja gerade schon erzählt, du hast dann aufgehört mit den harten Sachen. Meinst du damit, dass dann diese sozial akzeptablen Sachen quasi geblieben sind? Genau, genau. Also das, was ja auch total normal ist in der Gesellschaft. Ja, also ist ja schon eigentlich unnormal, wenn man sagt, nee, danke, ich möchte nichts trinken. Wobei ich auch sagen muss, ich war jetzt auch nicht so voll sozial integriert in die Gesellschaft, dass ich war alleinerziehende Mutter, Teenager Mom mit einem Baby, mit allen möglichen Traumata und Vorerkrankungen und einer krassen Geschichte. Und habe eigentlich mich einfach nur um mein Baby gekümmert. Und meine Eltern waren da und mein Bruder war da. Also es war eigentlich niemand da. Und dann kam ja so ein Jahr später irgendwie so ein krasser Change mit No Angels, was ja irgendwie auch ein totaler Zufall war. Genau. Und da bin ich dann natürlich wieder so mehr unter Menschen gekommen und man war auf Events und so weiter und so fort. Und ich habe dann viele Jahre das eigentlich ganz gut kontrollieren können. Ich habe zwar geraucht wie so eine Wahnsinnige, sehr zum Leidwesen meiner Kolleginnen. Und ich habe auch was getrunken auf Partys. Später kam dann irgendwann ein Joint dazu. Dann habe ich, weiß noch, irgendwie so ein Jahr lang immer so einen Joint am Abend geraucht, so wie man das halt als Genussmensch und zivilisiert macht. Aber irgendwann kam ich auch wieder in Kontakt mit härteren Drogen. Anfangs habe ich immer Nein gesagt, immer abgelehnt. Ich hatte einen wahnsinnigen Respekt und eine wahnsinnige Angst. Ich wollte nie wieder an diesen Punkt kommen, wo ich mal war. Also ich spreche jetzt hier wirklich über einen Zeitraum von vielen, vielen Jahren, von zehn Jahren. Und dann irgendwann war es aber doch wieder so weit, dass ich mal hier und da auch gekokst habe oder so. Und vor allen Dingen auch der Alkohol. Und dann war auch nicht mehr dieser eine Joint am Abend. Dann habe ich eigentlich jeden Tag gekifft. Und dann habe ich irgendwann auch schon morgens wieder gekifft. Also es war dann wirklich so ein paar Jahre wieder sehr exzessiv geworden. Und in dieser Zeit bin ich total verfallen. Also erst mal natürlich emotional war ich total labil. Ja. Und auch so diese extreme Wahrnehmungsstörung, die ich hatte. Ich war auch so, natürlich sind auch viele, hatte ich auch ein stressiges und anstrengendes Leben und viele Schicksalsschläge. Wobei ich heute sagen kann, dass die meisten dieser Schicksalsschläge nie passiert wären, wenn ich nicht Alkohol getrunken hätte und nicht irgendwie dieses Suchtproblem hätte. Ich habe halt früher gedacht, okay, ich habe voll das schwierige Leben. Ich habe voll krassen Stress. Und wenn du meine Probleme hättest, dann würdest du auch so und so. Aber jetzt im Nachhinein weiß ich halt, okay, ich hatte so viele Probleme und so viel Stress, weil ich suchtkrank bin. Und das war eigentlich ganz interessant. Es hat lange gedauert, bis ich das verstanden habe. Genau. Aber das Schlimmste ist eigentlich, irgendwann ist man an so einem Punkt, an dem man einfach nur noch verzweifelt ist. Und das Leben war wirklich wie die Hölle. Ich habe auch keine Lösung gesehen und keine Hoffnung gehabt. Und ich wusste auch nicht, wie ich das ändern kann. Und ich hätte auch niemals gedacht, dass ich jemals glücklich sein kann in meinem Leben. Weil ich hatte auch das Gefühl, durch diesen jahrzehntelangen Konsum, mal mit kleinen Pausen, dass ich eigentlich auch nie wirklich glücklich war in meinem Leben. Und das war einfach bitter. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich ein Teil dieser Welt bin und ein Teil dieser Gesellschaft. Und ja, also das war wirklich, wirklich hart. Aber dann kam auch irgendwann wirklich so dieser Cut, wo ich mich dann auch selbst eingewiesen habe. So und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe. Wir reden noch sehr viel über verschiedenste Therapien. Aber war das wirklich dann so ein Suchtentzug? Weil du bist jetzt ja seit vier Jahren komplett nüchtern. Ja. Genau. War das da oder wann war das? Und was hast du da genau gemacht? Nee, ich bin ins Krankenhaus, weil ich habe natürlich überhaupt nicht eingesehen, dass ich ein Suchtproblem habe. Was natürlich offensichtlich war. Aber ich habe das nicht so gesehen. So, weil ich war halt so, ja gut, ich habe gestern einen Joint geraucht und ein bisschen was getrunken. Und so macht doch jeder. So ungefähr. Ja. Und ich kam dann ins Krankenhaus, weil ich bin ins Krankenhaus gegangen, weil ich wirklich, ich war einfach schon so seit einem Jahr noch in diesem Modus. Ich kann nicht mehr, ich schaffe es nicht mehr. Und ich wollte auch nicht mehr leben. So und, aber natürlich wollte ich eigentlich trotzdem doch leben. Aber ich wusste nicht, wie ich leben kann. Und deswegen habe ich mich eingewiesen. Und dann haben die mit mir so einen Bluttest gemacht. Und haben halt irgendwie gesehen, dass ich THC im Blut hatte. Ja, und wir würden ihnen auf jeden Fall empfehlen, in die Drogengruppe zu gehen. Und ich bin ausgeflippt. Ich war total sauer. Ja, nur weil ich jetzt einen Joint geraucht habe, behandeln die mich jetzt wie ein Junkie. Und also ich wollte das überhaupt nicht wahrhaben. Wollte das überhaupt nicht wahrhaben. Und ich war halt absolut der Meinung, ich habe Depressionen oder Borderline oder ich habe überall natürlich alle Krankheiten gegoogelt und alle Symptome. Und eigentlich hat alles irgendwie ein bisschen gepasst so. Und ich wollte halt unbedingt. Mein Daily Business. Und ich wollte halt unbedingt einfach so eine scheiß Diagnose haben, dass ich weiß, was mein Problem ist. Und dass ich das dann ändern kann. Oder dass ich dann so einen Grund habe, warum ich so bin, wie ich bin. So. Und das war eigentlich das, was ich wollte. Und das hat natürlich gar nicht funktioniert. Also die Ärzte waren schon sehr nachsichtig mit mir, glaube ich. Und ich bin dann erst mal so sober geworden. Ich habe auch keinen Entzug oder so gehabt. Also es ist mir jetzt auch nicht schwer gefallen. Aber diese ganzen psychischen Symptome, die ich hatte und habe, diese extreme Rastlosigkeit, diese extreme Unruhe, Angespanntheit, dieses total emotional sein. Und ich war auch total, ich hatte auch wirklich viel Drama in meinem Leben. Ich hatte sehr, sehr, sehr viel Drama in meinem Leben. Also ich war voll im Dramamodus. Und ich durfte dann auch erst mal dort bleiben. Und dann wurde mir eine tiefenpsychologische stationäre Therapie empfohlen. Die habe ich dann auch gemacht. Das ging, glaube ich, drei Monate. Also ich war, der erste Aufenthalt waren so vier Monate. Und dann war ich so, ja okay, dann gehe ich halt jetzt wieder nach Hause und schwupps sofort wieder getrunken, gekifft, alles beim Alten. Und weil ich das nicht wahrhaben wollte. Und dann habe ich nochmal ein Jahr gebraucht und das Jahr war auch nochmal richtig Absturz. Und dann bin ich wieder total fertig, also sowas von fertig ins Krankenhaus gegangen und stand da irgendwie so mit meiner Tasche. Und dann war ich soweit. Also dann war ich wirklich so, okay, ich mache alles, was sie sagt, aber bitte, es muss irgendwie aufhören, es muss irgendwie besser werden. Ich halte das, ich kann es einfach nicht mehr. Und dann bin ich in die Suchtgruppen gegangen, dann, ja, habe ich mir einen Langzeittherapieplatz gesucht, Suchtentwöhnung. Da war ich dann erst mal stationär, dann in der Tagesklinik. Also es war insgesamt irgendwie so ein Jahr lang nur Therapy. Und bin dann zusätzlich dann in Selbsthilfegruppen gegangen, habe dann also in der Klinik Selbsthilfegruppen kennengelernt. Und habe da dann eigentlich auch so das erste Mal wieder gelernt, also Teil einer Gemeinschaft zu sein und auch anderen Menschen zuzuhören. Und nicht immer nur ich, 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 was ich alles erlebt habe, sondern einfach mal zuzuhören. Und diese Identifikation mit den anderen Betroffenen, das war eigentlich das, wo bei mir so langsam die Genesung und die Heilung angefangen hat. Das ist natürlich super schwer, das über so einen langen Zeitraum irgendwie sagen zu können. Aber gibt es dann irgendwie eine Sache, an die du dich besonders erinnerst, wo du denkst, das war auf jeden Fall so der wichtigste notwendigste Schritt. Und der hat bei mir am meisten bewölkt in der ganzen Sache. Weil ich meine, vier Jahre nötig sein ist schon, das ist krass. Also auch ohne Suchtkrankheit oder, naja, wie gesagt, haben wir gerade schon angedeutet, das sind ja immer Grauzonen, da waren es wirklich eine Sucht, das sind wir nicht. Aber es ist trotzdem super krass und ich habe da super Respekt vor. Deshalb, wie hast du das im Endeffekt geschafft? Oder was war so das, wo du denkst, das hat bei dir am meisten ausgelöst? Das ist eine gute Frage. Also ich denke, das Wichtigste, was ich verstehen musste, ist, dass ich eine chronische Krankheit habe. Dass das nichts mit meiner Willensstärke zu tun hat, dass das nichts mit meinem Charakter zu tun hat. Sondern da ist irgendwas bei mir, läuft da anders im Gehirn, dass wenn ich was nehme, dass das so einen Effekt auf mich hat. Und dass diese Krankheit wirklich bleibt und nie wieder weggeht. Und dass ich halt auch nichts nehmen kann, das habe ich ganz lange nicht verstanden. Ich dachte halt, ja, mein Gott, so ein Glas Wein und so. Nee, aber ich kann das nicht machen. Nicht, weil ich jetzt so eine überkrasse Alkoholikerin bin und dann sofort zehn Flaschen saufe und tot umfalle. Aber es passiert was in meinem Gehirn. Es entwickelt sich wieder so eine Obsession. Dann denke ich, ah ja, und vielleicht dann in drei Tagen beim nächsten Essen trinke ich dann auch einen Wein. Ein anderer Mensch, der trinkt einfach den Wein und denkt gar nicht drüber nach. Aber ich bin die ganze Zeit irgendwann nur noch in meinem Gehirn damit beschäftigt, wann ich was wo konsumiere. Und wo ich hingehen kann und mit wem ich mich treffe, dass ich das konsumieren kann, so ungefähr. Und das Einzige, was für mich geht, ist halt wirklich die absolute Abstinenz. Ich kann halt wirklich nichts nehmen. Und auch mit Tabletten ist genau das Gleiche. Also es gehört einfach alles dazu. Also ich nehme auch mal ab und zu eine Ibuprofen. Aber ansonsten diese ganzen, nee, nehme ich halt nicht. Ich habe wirklich so lange konsumiert und ich habe so lange gebraucht, um an diesen Punkt zu kommen, dass ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich bereit. Und ich kann auch gar nicht genau sagen, warum ausgerechnet das dann so weit war. Fakt ist, dass es halt nur so geht, wenn man wirklich bereit dazu ist. Ja, und ich war bereit. Und es ist halt auch so, ich bin auch nie auf der sicheren Seite. Also ich muss auch wirklich die ganze Zeit was für meine Abstinenz und meine Genesung tun. Weil das ist ein Symptom meiner Krankheit, dass ich Alkohol trinke, dass ich Drogen nehme. Aber dieser ganze Wahnsinn in meinem Kopf, der da die ganze Zeit läuft, diese ganze, dieses Scheißeradio, was mir den ganzen Tag irgendwie erzählen will, das ist Kacke, das ist Kacke und das hast du noch nicht geschafft. Warum hast du das noch nicht? Also ich musste wirklich mich trainieren und muss mich trainieren, anders zu denken. Und klar gibt es da Tools wie Dankbarkeitsliste schreiben, wie einen Freund anrufen, was auch immer ganz gut ist, wenn ich denke, bei mir ist irgendwie jetzt gerade Chaos, jemand anderes anrufen und fragen, wie geht es dir? Und der Person zuhören. Und nicht du, weißt du, bei mir. Nee, wie geht es dir denn? Und also raus aus dieser extremen Ich-Bezogenheit und ja, es ist, was heißt viel Arbeit? Es ist irgendwie so, so sich ein Umtrainieren. Es ist genauso wie, wenn man sich antrainiert, regelmäßig Sport zu machen oder morgens Zähne zu putzen oder sich zu duschen. Am Anfang ist es immer schwierig, aber wenn man es sich antrainiert und kontinuierlich durchzieht, natürlich hat man auch mal Tage, wo es nicht funktioniert, dann wird es irgendwie eine Gewohnheit. Eine Gewohnheit und ich brauche ja auch was. Ich brauche ja auch einen Ersatz, weil ich bin ein total obsessiver Mensch. Und ich habe halt davor meine Obsession mit Alkohol und Drogen und allem Drama und diesen ganzen Sachen, habe ich mein Leben gut füllen können. Und wenn das alles weg ist, was ist denn dann da? Ja, für mich persönlich, muss ich auch sagen, war es einfach extrem wichtig, dadurch, dass ich von Kindheit an so immer wieder so da und dort im Trauma und da was Schreckliches und dort was Schlimmes und dort was Schönes, also diese ganzen verschiedenen Extreme erlebt habe und dabei irgendwie auch nie so richtig klar war, entweder weil ich nicht alt genug war oder weil ich irgendwas intus hatte, war es für mich einfach total wichtig, auch erstmal meine Vergangenheit aufzuarbeiten. Das war extrem wichtig für mich, weil ich hatte solche Angst davor. Also ich hatte auch schon so ein verzerrtes Bild von mir und von meiner Vergangenheit, weil ich einfach mich immer geweigert habe, innerlich mir diese Sachen anzuschauen und Verantwortung zu übernehmen für mich und mein Leben und für mein Denken, Handeln und Fühlen. Und das war extrem wichtig und dann wirklich auch zu verzeihen, zu verzeihen, abzuschließen, also anderen Menschen verzeihen, mir verzeihen, andere Menschen um Verzeihung bitten, zu mich entschuldigen und für meinen Anteil zumindest. Ja, so. Und das hätte ich halt niemals gedacht, weil ich war so, 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 schon so bitter irgendwann. Ich war so, so verbittert und voller Schmerz und Schuld und Scham und oh Gott, also wenn ich darüber nachdenke, es ist wirklich, wirklich schlimm gewesen. Und es ist erstaunlich, dass ich diese ganze Arbeit dann irgendwie in anderthalb Jahren machen konnte. Ja. So. Und dass ich irgendwie 25 Jahre lang so leben musste mit so einem schrecklichen Gemütszustand und dann in anderthalb Jahren Therapie und Gruppen mich so verändert habe und ich habe dann auf einmal angefangen aufzublühen. Aber man macht auch alles dann wie zum ersten Mal, wenn man das erste Mal auf ein Date gehen ohne Alkohol oder das erste Mal jemanden küssen, so ohne, also solch alles ist irgendwie das erste Mal, so wieder. Ja. Voll. Eine letzte Sache zu der Suchtkrankheit. Wie ist denn das heute bei dir so zum Beispiel bei so Events begestern? Ich meine, ich kenne ja auch diese Musikindustrie-Events. Da wird einem an jeder Ecke ein Free-Drink hinterhergeschmissen. Ist das für dich nervig oder ist das auch teilweise hart, weil eben alle so sind? Also es trinkt ja wirklich fast jeder auf solchen Events. Und man geht auch sehr offensiv meistens damit um. Ja, total. Also gestern war schon krass. Also als wir noch im Raum waren während der Veranstaltung, hatten wir Getränke auf dem Tisch und waren alkoholische Getränke und Wasser. Und ich hätte halt voll gern so eine Cola oder so gehabt. Aber es macht nichts. Ich habe dann die ganze Zeit Wasser getrunken. Es hat mich nicht gestört. Es wurde dann aber später schon ein bisschen anstrengend, weil später war dann so, wurde die Veranstaltung ins Foyer verlegt. Also diese Aftershow, Networking, blablabla, Socializing. Und es gab überhaupt kein alkoholfreies Getränk. Es gab noch nicht mal Wasser. Also es gab wirklich nur Alkohol. Und da war ich dann schon so ein bisschen schockiert. Also da dachte ich mir, wow. Und ich habe dann halt erst mal noch so ein bisschen mit den Leuten mich unterhalten. Und dann irgendwann hatte ich auch voll den trockenen Hals und den trockenen Mund. Und die Leute sind dann irgendwann alle betrunken und auf Drogen. Und nicht alle, aber ich glaube, ich hatte wirklich das Gefühl, ich war die einzige Person, die sober war da gestern. Wirklich. Wahrscheinlich, ja. Und dann ist dann auch irgendwann so der Punkt, dann gehe ich halt. Es ist eigentlich merkwürdig, weil man ist schon so resigniert, weil es so normal ist in dieser westlichen Kultur, dass man halt überall ständig trinkt. Und es ist total normal für die Leute. Und dabei, okay, also ich will es nicht so extrem klingen, weil jeder soll machen, was er will und seinen Spaß haben. Und hatte ich auch und so Spaß, wenn man das so nennen möchte. Aber eigentlich ist es total unnormal. Also ich meine jetzt bei Corona zum Beispiel, ja, da sagt jeder, okay, pass auf, wir müssen uns schützen. Also die meisten sagen das nicht alle, aber wir müssen aufpassen und Maske tragen und uns die Hände waschen, dass wir nicht krank werden. Und bei Alkohol, was ja eigentlich Gift ist, also vielleicht so ein Glas ist ja noch okay oder zwei. Aber es ist giftig, es ist ein Toxin und es vergiftet deinen Körper und es ist ungesund. Und sagen, also ja, mach mal, ist doch voll gut. Es ermutigen dich dazu, das zu machen. Und das ist schon irgendwie total verdreht. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, dass das halt überall ständig zugänglich ist. Und ich mache eher die Erfahrung, wenn ich sage, nee, danke, ich möchte nichts trinken. Ich trinke keinen Alkohol. Also entweder werde ich dann in eine muslimische Schiene geschoben aufgrund meines Nachnamens und Aussehens, wo ich denke, nee, es hat überhaupt nichts bei mir mit Religion zu tun. Aber ich muss sagen, die Schiene hilft oft, um Leute bei ganz vielen Dingen vor deinem Fernseher zu halten. Aber ich sage dann auch nichts, weil ich denke, ja, lass die mal glauben. Und dann Hauptsache, er lässt mich jetzt in Ruhe mit seinem Scheiß, Raki oder whatever das ist. Oder man wird halt so bedrängt, so ach komm und komm, ach komm bitte. Vor allem, wenn die dann selber schon betrunken sind. Und ich finde halt, also das sollte man sich wirklich zu Herzen nehmen. Egal, also es ist ja auch in einem Restaurant, wenn ich in ein Restaurant gehe und ich bin Veganer oder Vegetarierin, habe ich irgendeine Alternative? Dann kann ich die Pommes essen oder den Salat. Und ich finde, es sollte halt immer auch eine Alternative geben, was die Getränke betrifft. Dass man einen alkoholfreien Cocktail hat, genug alkoholfreie Getränke, ist auch meistens so. Das war jetzt gestern ein extremes Beispiel. Aber ja, also für mich ist es so, ich habe nicht so diesen Suchtdruck. Ich habe schon manchmal dieses Bedürfnis, dass ich denke, das habe ich aber zum Beispiel oft, wenn ich Serien gucke oder Filme. Und dann sitzen die so schön da und dann rauchen die eine Zigarette. Das wird ja auch krass ästhetisiert. Man wird so eine Zigarette geraucht am Strand von Tel Aviv irgendwie. Die Sonne geht unter und ich denke mir, boah, jetzt habe ich Bock eine Zigarette zu hauchen oder auch so ein Glas Wein, so nach so einem schönen Essen. Aber nee, für mich ist das nichts mehr. Ich habe mein ganzes Recht an dieser chemischen Beeinflussung in meinem Gehirn, habe ich verwirkt, habe ich alles aufgebraucht für mein Leben und es reicht auch. Und es ist ja auch absurd, weil wenn ich anfange zu konsumieren, dann verliere ich ja das alles wieder, was ich habe. Also diesen Frieden, in Anführungsrichtlinien, den ich mir aufbauen durfte. Ja, ich würde nochmal einen Schritt zurück zu vor 20 Minuten. Da waren wir bei diesen Sozialstunden und ich habe danach eigentlich nur gefragt, weil das, glaube ich, deine erste Begegnung mit so irgendwas, was so mit Therapie, Psyche zu tun hat, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Also es war ja eine soziale Psychiatrie, glaube ich. Ach so, ja doch, ich weiß, was du meinst. Das in Riedstadt. Ja, ich als ich, genau, ich war nämlich, ja, das habe ich schon vergessen. Ja, genau, mit, ich weiß nicht, 13 oder 14, nachdem ich irgendwie mit sehr viel Marihuana erwischt wurde, was mit sehr viel, waren meine Eltern total verzweifelt und haben mich dann in die Psychiatrie einweisen lassen. Und das war so meine erste Erfahrung. Es war eine, ich war, ich war, glaube ich, 14, ja, ich war 14 und mit 14 war man noch in der Kinderpsychiatrie. Also da war man gerade so an der Grenze und dann kommt man erst in die Jugendpsychiatrie. Und ich bin so ein Mensch, ich kann das schlecht beschreiben, aber ich habe wirklich so ein Trauma, wenn man mich irgendwo einsperrt oder so. Ich komme damit überhaupt nicht klar. Also ich komme damit überhaupt nicht klar. Und ich habe halt auch dort keine so guten Erfahrungen gemacht, weil ich bockig war, weil ich frech war, weil ich Scheiße gebaut habe und eigentlich immer nur bestraft wurde die ganze Zeit. Und isoliert wurde und bestraft wurde, isoliert wurde, bestraft wurde. Und eigentlich hat sich dort erstmal alles für mich verschlimmert. Bin dann auch dort natürlich wieder abgehauen, wie immer. Ja, also das war für mich so, nee, auf gar keinen Fall. Das kam dann und dann später auch, hatte ich auch mal so eine Verordnung bekommen, so eine Zwangstherapie als Erwachsene. Das war eine sehr nette Therapeutin, aber so funktioniert Therapie halt nicht. So funktioniert halt Therapie nicht. Also man kann es anbieten als Alternative zur Strafe, klar. Aber wenn es einem so verordnet wird und ich saß halt da und war immer so, okay, was kann ich jetzt sagen, was kann ich nicht sagen. Und die war wirklich sehr, sehr nett. Und heute würde ich mir wünschen, ich hätte eine Therapeutin, ich suche nämlich gerade wieder eine. Ich auch, meldet euch. Bitte meldet euch, wir bewerben uns. Wir sind kommunikativ offen, wir können uns ausdrücken. Also bitte schreibt mal hier die E-Mail. Ja, und damals können die sich die guten Fälle aussuchen. Genau, aber nee, damals, ja, so als Zwang funktioniert das nicht. Man muss wirklich selbstbereit sein, sonst funktioniert das nicht. Ja, vielleicht so ein bisschen abschließend zu der Jugendzeit. Ich glaube, so das, was über allem schwebt, ist ja irgendwie so die ganze Zeit dieser krasse Kontrast zwischen so Selbstzerstörung, Sucht und so weiter. Und dann aber gleichzeitig warst du sportlich super aktiv, hast Basketball gespielt, Klavier gespielt, Flöte gesungen. Also du warst eigentlich voll die Overachieverin, aber bist gleichzeitig so abgestürzt. Das klingt jetzt für viele Leute natürlich wie so der absolute Widerspruch und das passt ja gar nicht zusammen. Aber anscheinend schon, du hast es ja in einer Person ausgelebt. Absolut. Was denkst du denn, warum war denn so ein Mittelmaß bei dir nie möglich? Es war nie möglich und ist nicht möglich bis heute. Ich denke, das ist eine Form von Hyperkompensation. Also das ist ja auch ganz oft nach dem Trauma so. Man kann es, man kann sich nicht spüren oder man will sich nicht spüren. Und ich bin auch heute immer noch so, dass ich immer dazu neige, viel zu viel zu machen. Also viel zu viel zu arbeiten, viel zu viel Sport zu machen, viel zu viel, also wirklich viel zu viel. Und dann kommt irgendwann so der Punkt, wo alles zusammenklappt, wo ich nicht mehr kann. Dann liege ich so einen Tag auf der Couch und kann mich nicht bewegen, so ungefähr. Das ist immer noch für mich schwierig, da in so einer Mitte zu finden. Also ich war jetzt vor kurzem bei einer Therapeutin zum Bewerbungsgespräch sozusagen. Ich nenne das jetzt mal Bewerbungsgespräch. Ich war ja gerade eine Suche und dann durfte ich mich da vorstellen. Und dann habe ich ihr so grob erzählt, was so die Punkte sind, also was mich jetzt gerade am meisten beschäftigt. Und dann wollte sie ein bisschen was wissen über meine Kindheit und so weiter. Da habe ich so ein paar Stationen erzählt. So man fühlt sich dann auch immer so voll getrieben da jetzt in einer Stunde. Was sage ich Ihnen da jetzt? Und dann hat sie am Ende mich angeguckt und meinte, Frau Beneisser, also ich denke, Sie müssen wirklich eine Traumatherapie machen. Und deswegen kann ich auch heute dieses Wort Trauma jetzt so sagen, weil mir war das gar nicht so bewusst. Also mir war das gar nicht so klar. Ich habe sie so angeguckt und ich so, aha. Und sie so, ja, diese ganzen Symptome und es ist doch klar, dass sie das und das triggert. Also wahrscheinlich, wenn ich einen Film gucke oder so. Und gerade mit diesem ganzen Sexismus und sexuelle Gewalt oder so. Also es ist für mich wirklich, es beschäftigt mich so sehr. Und ich schwank dann auch zwischen so extremen Gefühlen. Und daher halt auch diese Hyperkompensation. Und ich habe jetzt auch mir vorgenommen, wirklich nochmal jetzt, ich weiß nicht, ob ich es nächstes Jahr schaffe, weil ich wirklich schon wieder so ausgeplant bin das ganze Jahr. Aber ich würde das wirklich gerne stationär auch nochmal machen. So eine Traumatherapie. Weil ich stelle mir, das hat sie mir auch so empfohlen, weil das wirklich schwierig ist, wenn man dann irgendwo sitzt, einmal die Woche und dann kommt irgendwann irgendwas ans Licht und dann sitzt man damit da und geht nach Hause. So, nee. 50 Minuten sind kurz. Nee, nee, nee. Also da möchte ich dann wirklich in so einem Setting sein, wo ich safe bin und wo ich mich auch wirklich voll und ganz darauf einlassen kann. Das ist eigentlich so der Next Step, den ich mir vorgenommen habe. Also die Sucht ist natürlich zentral und es brauchte viel Zeit und Kraft und auch immer noch jeden Tag immer ein Stück Arbeit, um in der Genesung zu bleiben. Aber natürlich jetzt kommen auch so andere Baustellen wieder raus, wo ich denke, okay, da muss ich mich auch noch drum kümmern. Eine Sache, die ich auch super spannend fand, die ist jetzt voll random, ist das Thema Träume bei dir. Wenn wir jetzt chronologisch fortfahren wollen, du warst ja mit 16 schwanger und hast ja auch dann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von deiner Tochter geträumt und das hat dir irgendwie so Hoffnung gegeben. Gleichzeitig hast du ja aber zum Beispiel später bei deiner HIV-Diagnose wiederum, ist dir der Tod begegnet im Traum. Also Träume scheinen anscheinend voll die Rolle zu spielen, auch was deine Psyche betrifft. Ich meine, klar, wir wissen alle, wir verarbeiten alles im Traum, aber es scheint bei dir doch noch irgendwie so eine Art Frühwarnsystem zu sein oder ein bisschen mehr als vielleicht bei allen anderen. Ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber ich kann mich wirklich an Träume erinnern, so aus meiner frühesten Kindheit, so wo ich wirklich vier Jahre alt war oder so, die auch wirklich krass waren, die Träume. Und ich habe das auch lange nicht verstanden, warum ich so krasse Albträume habe und manchmal auch schon wie so in sechsten Sinnen auch Sachen vorhersehen konnte in manchen Träumen. Aber ich denke, also es hat sich jetzt in den letzten Jahren ein bisschen verloren, diese Fähigkeit. Ich träume noch viel, aber es ist meistens wieder weg. Wobei, wenn es um meine Tochter geht, ist es immer noch da. Also zum Beispiel, ich träume von ihr was ganz Intensives und wach auf und sie ruft sofort, also zehn Sekunden danach ruft sie an. Also das ist noch da auf dieser Ebene. Mit meiner Tochter habe ich das noch. Aber früher war das halt mit allem irgendwie, war ich viel offener so und konnte das alles noch mehr empfangen. Aber das habe ich jetzt natürlich auch gelesen im Internet. Dass das auch ein Symptom ist. Also Albträume, Schlafstörungen, das ist auch ein krasses Thema bei mir. Aber ich habe mittlerweile so eine Gelassenheit entwickelt. Eine Freundin von mir sagt immer zu mir, wenn ich anrufe und sage, ich habe schon wieder gar nicht geschlafen. Er sagt, nein, das stimmt gar nicht. Du hast geschlafen. Du hast nicht viel geschlafen, aber du hast geschlafen. Ich sage, ja stimmt, okay. Und dann sagt sie außerdem, davon stirbst du nicht. Und ich denke mir, ja, es stimmt, es stimmt. Das ist hart. Aber es bringt halt nichts, sich so darin zu suhlen. Man muss halt wirklich das akzeptieren und annehmen und sagen, okay, ich habe scheiße geschlafen. Ist halt so und weiter geht's. Und ich habe halt Gott sei Dank auch heute den Luxus, dadurch, dass meine Tochter erwachsen ist, dass ich auch, wenn ich jetzt nicht gerade voll hardcore arbeite, mich dann meistens auch nochmal irgendwann nachmittags für ein Stündchen hinlegen kann. Und das hilft mir dann. Kommen wir zur New Angels-Zeit. Yes. Viel musste geskippt werden, aber kommen wir dazu. Ja, wie war denn erstmal vielleicht diese Casting-Zeit für dich? Weil, also gerade wenn wir auf Psyche schauen, weil ich glaube, wenn man aus heutiger Perspektive drauf guckt, dann wird man sagen, okay, da war schon nicht alles ganz so cool. Also ich fand es total aufregend. Ich hatte voll Bock, mich irgendwie zu zeigen. Genau, weil ich habe ja immer gesungen und auf der Bühne schon viel gestanden. Und ja, ich wollte einfach von den Leuten hören, dass ich toll bin, also unterbewusst. Und war aber auch so, dass ich dachte, ja, aber ist auch egal, was hier passiert. Ich wusste ja sowieso nicht, was da passiert. Das war eigentlich so das erste Gefühl. Und als es dann ernst wurde, war das natürlich auch enorm viel Stress. Also sehr, sehr, sehr viel Stress für mich. Und eigentlich konnte ich gar nichts richtig fassen, weil ich eigentlich immer nur irgendwie beschäftigt war, diese Aufgaben zu bewältigen, die ich gerade zu tun habe. Ich hatte ja auch noch meine kleine Tochter. Und das war sowieso immer ein Riesendilemma für mich, dieses, wenn ich auf der Arbeit war, habe ich sie vermisst. Dann hatte ich ein schlechtes Gewissen und mich schuldig gefühlt, wie das alte Thema, dass ich keine gute Mutter bin. Wenn ich bei ihr war, war es schön, aber es war auch mega anstrengend natürlich. Und auch immer so in diesem Kopf, okay, in 16 Stunden musst du eigentlich schon wieder los zum Flughafen so ungefähr. Und dann irgendwie in dieser Zeit alles geben und alles machen und Zoo und Eis und Geschenk. Also auch total irre einfach. Ja, also auch für sie. Und dann noch mit meinen ganzen eigenen inneren Kämpfen und Dämonen. Das war schon alles ganz schön viel insgesamt. Ja, das war sehr, sehr, sehr viel. Und ich glaube auch für einen gesunden Menschen wäre das schon alles sehr viel gewesen. Ich finde vor allem so ein bisschen dein Aspekt so Autonomie eigentlich ganz spannend bei der ganzen Sache, weil das war ja immer so ein Thema. Du wolltest ja selbstständig sein und dann hast du ja eigentlich wieder viel Selbstständigkeit ja auch abgegeben, quasi an die böse Musikindustrie. Aber du weißt, was ich meine. Also es gab ja immer wieder Erzählungen, dass eigentlich alles für euch geregelt wurde und du eigentlich einfach dann gemacht hast. So sehe ich das nicht. Das alles geregelt wurde. Natürlich haben wir jetzt nicht selbst alle Telefonate geführt und so weiter, weil wir waren ja nur von Auftritt zu Auftritt gehetzt. Vor allen Dingen in den ersten drei Jahren war es schon sehr extrem. Genau, ich meine doch eher, weil ich habe hier zum Beispiel ein Zitat von dir, da hast du mal gesagt, es gab keine Zeit mehr zum Nachdenken. Man hat einfach gemacht, was die Leute um uns herum gesagt haben. Also nicht, dass alles für euch geregelt wurde. Ja, ja, genau. Also ja, das stimmt schon. Es war natürlich eine Riesenverpflichtung, die man eingegangen ist und auch eine Riesenverantwortung. Also da gibt es halt kein, ich bin heute müde oder ich habe Kopfschmerzen oder ich habe Grippe und bleibe zu Hause. Das gibt es in unserem Job nicht. Und da hängen einfach so viele andere Menschen noch mit dran und auch sehr viel Geld hängt da dran. Und da haben natürlich viele Menschen auch ein starkes Interesse, das dann durchgezogen wird. Und das haben wir. Wir waren halt wirklich Arbeitstiere. Und ich glaube, da sind wir auch alle irgendwo gleich gestrickt. Jeder hat so seine eigene Geschichte, dass wir so sind, wie wir sind. Ja, und das hat auch Zeit gebraucht und eine Emanzipation, sich da neue Strukturen zu erkämpfen. Und ja, also das war schon, war schon, war schon alles ganz schön viel. Und ich hatte auch dieses Bedürfnis nach Freiheit. Also es war dann auch wirklich, als wir dann nach drei Jahren uns getrennt haben, war wirklich erst mal so, oh ja, jetzt kann ich machen, was ich will. Aber es war eigentlich auch sehr absurd, weil ich habe mich immer so, also es gab Momente, da war ich sehr präsent. Vor allen Dingen beim Singen, auf der Bühne. So auch, wenn wir so untereinander waren und gelacht haben. Das waren so Momente, da war ich da. Aber dann gab es halt so viele Momente, da war ich gar nicht da. Also da war ich irgendwie immer so, entweder irgendwo in der Vergangenheit in meinen Gedanken oder in der Zukunft. Also ich war gar nicht in diesem Hier und Jetzt. Ich war auch immer so die Verträumte. Das war immer so mein Stempel gewesen. Immer Nadja, die Verträumte. Ja, ich habe mich sehr oft so in andere Welten begeben in meinem Kopf oder habe dann irgendwie die ganze Zeit irgendein Buch gelesen oder die ganze Zeit Musik gehört. Und klar, weil es ja einfach auch so eine krasse Reizüberflutung ist. Und wenn man da herkommt, wo ich hergekommen bin und auf einmal so im Rampenlicht steht und so viele Menschen einen anhimmeln und ich hatte immer dieses Gefühl, aber ihr kennt mich doch gar nicht. Und ich bin es gar nicht wert. Ich bin es gar nicht wert, dass ihr mich so toll findet. Und das ist eigentlich ganz, ganz traurig. Welche Rolle, würdest du sagen, hat das Thema Körper da gespielt? Weil ich meine, klar, das wissen wir ja alle, dass man, wenn man irgendwie im Rampenlicht steht, nicht gerade scheiße aussehen darf. Schon gar nicht damals. Natürlich war das ein Druck, der da war, dass man gut aussehen muss, dass man schlank ist. Solche Sachen. Ich hatte diesen Druck mir aber auch schon vor No Angels gemacht. Also ich war schon vor No Angels so, ich muss dünn sein und bla. Und ich bin eigentlich gar nicht dünn von Natur aus. Also ich bin immer ein bisschen kurvig. Ich bin jetzt keine zierliche Person. Das würde ich damit sagen. Natürlich bin ich schlank und normalgewichtig, aber ich möchte dann eigentlich immer so aussehen wie so eine Ballerina oder so. Aber das werde ich nie, weil es ist einfach überhaupt nicht mein Bodytype. So sehe ich einfach nicht aus. Und das hat natürlich bei No Angels eine große Rolle gespielt. Ich muss aber auch sagen, wir waren super jung. Also und wir haben super viel Sport gemacht und hatten so einen stressigen Alltag. Also wir haben wirklich gefuttert wie die Tiere. Jetzt mal wirklich. Da gab es jeden Abend Lasagne al Forno und Rigatoni al Forno und Pizza. Also wir konnten auch wirklich essen, was wir wollten. Dick wurden wir nicht. Aber es war natürlich immer ein Thema. Und es ist natürlich auch krass, sowieso immer ständig bewertet zu werden. Nicht nur, also natürlich das Aussehen, aber auch alles andere. Jeder Blick, jede Geste. Und da hast du da so und so geguckt, da hast du voll arrogant ausgesehen. Und da ist es so, okay, ja, keine Ahnung. Also es wird auch so viel projiziert in einen. Aber dafür hatte ich Gott sei Dank überhaupt gar keine Kompetenzen, mir das auch noch alles irgendwie auf den Schirm zu holen. Kapazitäten meine ich und Kompetenz auch. Und mir das alles auch noch bewusst zu machen, was Leute alles in mich rein projizieren. Das habe ich Gott sei Dank nicht so mitbekommen. Es wurde dann später für mich ein bisschen anstrengender. So 2007, 2008. Da hatte ich dann schon dieses Gefühl, irgendwie ich bin zu dick und passe jetzt hier nicht rein. Und da hatte ich so eine Phase, wo ich einfach nicht so viel Sport gemacht habe und auch irgendwie, ja, einfach gegessen habe und hatte irgendwie so drei, vier Kilo mehr. Und da hat man schon gleich Feedback bekommen. Und das ist auch immer so der typische Spruch, wenn mich jemand sieht, im Fernsehen sieht so viel dicke aus. Ich denke immer so, wow, danke. Ist das ein Kompliment oder ich weiß nicht? Na gut, danke schön. Ich nehme es als Kompliment. Also das ist schon krass eigentlich. Und ich bin ja schlank, normalgewichtig. Ich will gar nicht wissen, was ein Mensch durchmachen muss, der ein bisschen aus dieser Norm fällt. Ich finde das so krass. Lass doch die Menschen einfach in Ruhe. Lass sie doch einfach aussehen, wie sie aussehen. Ja, aber, und ich finde, heute ist der Druck eigentlich viel größer. Also bei uns gab es ja noch kein Instagram, kein Facebook, kein gar nichts. Wirklich nichts. Also wir sind dann immer irgendwo hin und haben ein Interview gemacht, ein Fotoshooting und dann war das irgendwie eine Woche später draußen, so im Print. Das war wirklich noch was ganz anderes. Heute bin ich die ganze Zeit, ich mache mein Instagram auf und dann in meinem Feed, weil ich mache keinen Sport und like viele Sachen. Ich sehe die ganze Zeit eine Power-Fitness-Frau nach der anderen mit dem perfekten Körper und denke mir so, wow, okay, ich muss aber noch ganz schön was machen. Ich muss noch ganz schön was arbeiten. Also ich finde, heute ist der Druck noch viel, viel größer als damals. Voll. Also trotz aller Body-Positivity, wobei auch das impliziert ja irgendwo eine Bewertung. Also ich bin eher Fan von Body-Neutrality, dass man gar nicht mehr so viel darüber spricht. Aber nee, allein die Tatsache, also mir war zum Beispiel damals klar so, okay, ihr wart in einer Show, ihr arbeitet da von Tag bis Nachts, es gehört zu eurem Job zu tanzen, Sport zu machen. Für mich war klar, dass euer Job auch so auszusehen. Richtig. Und wenn man jetzt so Laien sieht oder halt einfach so Leute von der Straße, die aber alle im Internet so gut aussehen, dann denkt man sich so kacke, jetzt sieht sogar meine Nachbarin so geil aus. Und nicht nur eben die bekannte Sängerin, wo ich weiß, das gehört dazu. Also ja, ich stimme dir da vollkommen zu. Das ist schon krass. Ich finde es auch so lustig, weil, also ich wollte ja immer gerne so dünn und zierlich sein, wie meine süßen, blonden Kindergartenfreundinnen früher. Und ich war aber nie so. Ich hatte immer so meinen Po und meine Oberschenkel und so mein Hohlkreuz mit dem Bauch und so. Und wollte halt immer so dünn sein. Und jetzt sehe ich halt diese ganzen zierlichen Frauen, die sich alle so einen Arsch irgendwie antrainieren. Und es ist echt hart, sich sowas anzutrainieren. Ja, also ich will nicht wissen, was die alles, wie viele Stunden die trainieren am Tag, weil das ist wirklich krass für eine Frau, sich so eine Muskulatur aufzubauen. Und ich finde es eigentlich so schade, dass wir alle immer irgendwie anders sein wollen, als wir eigentlich sind. Und ja, weil ich finde, ich bin auch so jemand, ich finde auch alle Frauen schön. Ich bin immer nur mit mir selbst so hart. Und so wie ich andere Frauen schön finde, ob sie ein bisschen runder sind, ob sie ein bisschen dünner sind, so sollte man irgendwie auch zu sich selbst sein. Aber es ist auch ein langer Prozess und ich merke, dass ich auch echt Phasen habe, wo ich mich echt gut fühle, wo ich echt so vorm Spiegel stehe und denke, du bist echt heiß. Du bist echt krass. Und ich weiß das eigentlich auch, dass ich krass bin und dass ich toll bin. Ich weiß es. Und trotzdem gibt es dann immer noch so diese Stimme im Kopf, die dann sagt, nee. Wäre es gar nicht als das Scheißradio? Das Scheißradio, ja. Das muss man dann manchmal ausstellen oder was machen, was noch lauter ist. Ja, kurz weiter. Bei den New Angels, beziehungsweise kommen wir auch schon zur Trennung, so schnell ging es. Kannst du noch mal erzählen, warum? Weil es hat ja auch was mit unserem Thema hier zu tun. Ja, auf jeden Fall. Ach ja, das war eine ganz furchtbare Zeit. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich meinen Gerichtsprozess und diesen ganzen HIV-Skandal. Ich möchte auch gar nicht so darüber sprechen, aber einfach, dass nochmal der Zusammenhang hergestellt ist. Und ja, und ich war in der Zeit so durch. Also ich war so durch, psychisch und physisch auch. Es war sehr, sehr viel Druck auf mir. Und ich konnte es einfach nicht mehr. Ich konnte einfach nicht mehr irgendwie zwischen Gerichtsterminen auf die Bühne gehen und irgendwie lächeln und Interviews geben. Ich konnte keine Interviews geben. Ich war wie erstarrt, wenn ein Mikrofon vor mir war. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Es war total verrückt. Also es gab dann einmal einen Bericht, wo sie einfach so das im Zeitraffer gespielt haben, das Video, wo sich alle bewegen. Und ich die ganze Zeit so da sitze, weil sie das nochmal so zeigen wollten, was mit mir nicht stimmt. Und ja, und ich war dann ständig krank und total abgenommen und so, aber ungewollt. Und dann hat meine Ärztin zu mir gesagt, also Frau Beneisser, Sie müssen jetzt wirklich mal Reißlein erziehen, Schluss machen. Das geht nicht mehr. Und so war das dann auch. Also ich bin dann, hab dann das dann auch so mitgeteilt, dass ich krank bin, dass ich nicht mehr kann, dass ich raus bin. Und es war natürlich alles sehr, sehr bitter. Wir hatten gerade ein neues Album aufgenommen, Tournee war geplant. Und dieses Ganze, eigentlich so meine ganzen Issues, haben einfach so unser, uns alle so krass, so einen krassen Einfluss gehabt, auf jede einzelne von uns, wofür sie gar nichts können. Und natürlich gab es da Spannungen, sage ich mal. Also wir waren immer respektvoll miteinander und es gab nie irgendwie Vorwürfe und Streit. Das gab es nicht. Aber natürlich ist ja menschlich, dass da irgendwie auch dann die Energie so ein bisschen anders ist. Und dann war ich raus. Dann war ich raus und war an so einem Punkt in meinem Leben, es war so, als hätte mein ganzes bisheriges Leben nie stattgefunden. Also meine Karriere war vorbei. Mein ganzes Geld war weg. Wenn ich auf der Straße gelaufen bin, haben Leute mich beschimpft. Und ich habe Morddrohungen gehabt, alles mögliche. Ich werde sogar nicht in diesen Opfermodus kommen, weil es Bullshit ist. Aber es war total verrückt. Also es war eine sehr, sehr, sehr verrückte Zeit und ich war total rastlos und angespannt und voller Selbsthass und Schuld und Scham. Und das war ja dann auch die Zeit, wo dann eigentlich so, es nochmal so richtig bergab ging, so in die Sucht. Also es hat nochmal ein bisschen gedauert. Und ich habe auch nebenbei nochmal ein Abitur gemacht und eine Ausbildung gemacht. Also immer dieser Widerspruch. Und gearbeitet und keine Ahnung. Aber das war psychisch wirklich, also irgendwann, da war dann nach ein paar Jahren der Punkt erreicht. Da war dann Ende Gelände. Es hat dann nochmal so vier Jahre oder so gedauert. Nochmal ganz kurz zu diesem Trainingsprozess und so weiter. Ihr habt das ja schon eigentlich ziemlich offen kommuniziert, dass es euch auch einfach nicht gut geht, was ja auch nicht unbedingt gewöhnlich war, vor allem für die Zeit. Was ist denn so dein Eindruck? War das leicht, das einfach zu sagen, so ey Leute, wir sind einfach fertig, wir sind viel zu gestresst? Oder ich weiß nicht, weil zum Beispiel, hast du ja gerade erzählt von dem Buch, dass du da ja schon eher so einen Druck auch von außen hattest, dass du dich jetzt endlich äußern musst. Und ich kann das total verstehen, wenn die ganze Zeit irgendein Müll über dich in der Presse steht, dass du dann so einen krassen Drang hast, das mal richtig zu stellen. das, also ich kann das vollkommen nachvollziehen. Es gab ja auch Medienauftritte von dir und Interviews, wo du dich dann dazu geäußert hast, aber irgendwie, ja weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, das war nicht so einfach, sich da einfach öffentlich hinzustellen und über diese Dinge zu reden. Gar nicht. Also heute auch nicht einfach, aber damals ganz und gar nicht. Nee, es war sehr, sehr schwer. Und es hatte auch immer so einen bitteren Nachgeschmack, Beigeschmack. Und, also um es mal ganz ehrlich zu sagen, also das war einfach auch ein unglaublicher Druck von Seiten des Management. Ich weiß noch, dass ich, als ich aus der U-Haft rauskam, sollten eigentlich meine Eltern mich abholen. So und dann wollte ich mit so meinen Eltern. Und da stand dann so ein Van und dann war da mein Manager, also unser Manager drin irgendwie. Meine Eltern mussten hinten im Auto hinterherfahren mit meiner Tochter. Die haben mir dann auch irgendwie meine Tochter reingereicht, dass wenigstens meine Tochter zu mir kommt. Und er war parallel gerade irgendwie mit der Bild-Zeitung am Telefonieren und wollte und hat sich, yes, der Dickmann. Und ich war nur so, so und ja und morgen bist du dort und dort in der TV-Show und boah und das ist so voll die krasse Gage und baba. Und ich war so, nein, ich kann nicht. Aber es ist halt schwer, die ganze Zeit da standhaft zu bleiben. Und es ist so eine Mischung aus, ja, man möchte sich äußern, ist aber auch Ego, dass man denkt, nee, so jetzt mit mir nicht und ich will jetzt auch mal was so dazu sagen. Und aber im Endeffekt hatte ich nichts zu sagen, weil ich einfach total verwirrt war und total fertig mit der Welt war und gar nichts wirklich sagen konnte, was es irgendwie hätte besser machen können. Und dass diese ganze Arbeit konnte ich erst viel später machen. Aber ich finde es gerade bei dir so krass, weil ihr wart ja so Everybody's Darling, alle fanden die New Angels damals toll und dann stelle ich mir diesen Fall dann umso krasser vor, weil eigentlich jeder mochte euch. Es stand gar nicht zur Debatte, ihr wart jetzt nicht so kontrovers, ihr wart jetzt nicht Kollege und Farid Bang oder so, sondern es war so klar, okay, die mögen wir. Ja, und auf einmal trashen so Leute auf dich ein, wie du ja gerade erzählt hast, sodass Leute dich sogar beleidigen. Ja, das ist schon krass. Damit muss man erst mal fertig werden mit so viel Hass und Eme. Aber das ist natürlich auch ein sehr subjektives Empfinden, weil ich sage mal, es sind ja nicht alle Menschen so. Aber natürlich bleibt das dann meistens hängen. Also wenn man so attackiert wird oder so, ob jetzt verbal oder in der Zeitung oder dass das trifft einen schon, vor allem in diesem Ausmaß und so grenzüberschreitend. Aber was ich dann später gemerkt habe, als ich mal raus bin aus dieser Blase, weil das war ja auch meine Welt. Also auch wenn ich mich nicht immer damit identifizieren konnte, war ich einfach seit meinem 18. Lebensjahr immer in dieser Blase und in dieser Welt, wo es immer irgendwie darum geht, was irgendwie auf RTL explosiv, exklusiv und was weiß ich läuft. Und als ich da wirklich raus habe, habe ich gemerkt, dass so viele Menschen einfach, dass alles überhaupt gar nicht interessiert. Überhaupt gar nicht. So null. Und die das gar nicht mitkriegen, so ungefähr. Oder dass die auch eine ganz andere Meinung dazu haben. Und das merke ich ja jetzt selbst auch. Dass ich auch irgendwie, weil ich halt gar kein Fernsehen gucke und so eigentlich so viele überhaupt gar nicht mitkriege und den Namen nicht kenne und das nicht weiß und jenes nicht weiß und das ist auch nicht schlimm. Und ich finde auch nicht, dass ich ignorant bin oder so. Man kann halt nicht irgendwie alles aufnehmen. Man hat ja auch gewisse Interessen. Und das ist jetzt nicht von jedermann das Interesse gewesen. No Angels und Nadja Beneisser. Also ich kann auch heute immer noch nicht so richtig in Worte fassen, wie das war, ehrlich gesagt. Ich bin einfach nur froh, dass das vorbei ist. Weil das war wirklich krass. Du hast ja gesagt, du wirst eigentlich über das HIV-Thema gar nicht sprechen, ne? Also ich habe noch eine Frage, aber wenn, sage einfach, wenn du keinen Bock drauf hast. Da ging es auch eher so um diese Wahrnehmung nach außen und dass du ja über die Jahre auch viel Aufklärungsarbeit gemacht hast. Aber gerade in dieser Anfangszeit ist so mein komplett subjektives Empfinden gewesen, dass man dich schon so ein bisschen auch hingepusht hat oder dass du das irgendwie machen musst, weil man dich ja zu dieser bösen Figur erst stilisiert hat von oh Gott, guck mal, was sie gemacht hat. Und natürlich war das Stigma oder ist bis heute ja leider immer noch riesig. Aber wie gesagt, damals noch krasser. Und dass du dann vielleicht erst recht dachtest, okay, ich muss jetzt auch mit diesen Vorurteilen noch aufräumen. Ich muss diese Aufklärungsarbeit machen. War das so? Also in den ersten Jahren wollte ich gar nicht darüber sprechen, weil es war halt so krass, dass alles, was ich in meinem Leben erreicht hatte und gemacht habe, auf einmal ausgelöscht war. Und es nur noch, egal wer, es nur noch um dieses Thema ging. Ich wurde nur noch auf dieses Thema reduziert. Und ich habe mich dagegen gewehrt und bin dann ja auch komplett raus aus der Öffentlichkeit. Ich habe dann einfach, weil ich gemerkt habe, ich finde hier keinen normalen Zugang. Also es geht nur um diese Sache, um nichts anderes. Und dann war ich raus. Ich habe dann jetzt vor ein paar Jahren eigentlich erst angefangen, hier und da darüber zu sprechen und mich zu öffnen, weil ich das halt jetzt kann und jetzt dafür bereit bin. Aber damals wollte ich das nicht. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr froh und dankbar, also auch so für die Solidarität und Hilfe, die ich erfahren durfte von der Deutschen Aids-Hilfe, Deutsche Aids-Stiftung und auch als ich hier gestrandet war in Berlin, als alleinerziehende Mutter irgendwie und alles verloren, die mir da auch ehrenamtlich viel geholfen haben und mich unterstützt haben. Ja, also diese Arbeit ist halt auch einfach sehr wichtig. Diese Arbeit ist einfach wirklich wichtig und ich habe es am eigenen Leib gespürt. Okay. Was würdest du denn sagen, war so für dich aus dieser ganzen Prozessgeschichte nach New Angels Zeit, gibt es denn irgendwas, was so dein größtes Learning war, was du für dich draus mitgenommen hast? Insgesamt jetzt meinst du? Du kannst auch gerne mehrere Learnings aufziehen, weil ich glaube, das waren bestimmt einige. Also ich habe das eigentlich vorhin schon gesagt, das Wichtigste, also krasseste Sache, die ich in meinem Leben machen konnte, ist Verzeihen. Mhm. Ja, also mir und anderen, das war der krasseste Wendepunkt. Ja. Dadurch war ich dann wieder ein Teil dieser Welt. Ich fand auch eine Sache, ich glaube, die habe ich auch aus dem Buch, die fand ich auch beachtlich, dass du gesagt hast, dass du quasi mit jeder Insassin damals gesprochen hast und dass du daraus eben gelernt hast, dass du, oder hast dir geschworen, du wirst nie wieder jemanden vorverurteilen. Ja. Das fand ich irgendwie auch wichtig. Ja, das stimmt. Das war auch wirklich eine krasse Erfahrung. Also diese ganzen Schicksale und Frauen, ja, das hat mich sehr, sehr gerührt. Ich meine, es bewegt, gerührt ist blöd. Bewegt hat mich das, ja. Ja, ja. Also am krassesten war eigentlich so, ja, ist jetzt so ein Klischee, was ich erzähle, aber diese, diese, ja, die Mutter, die ihr Kind tötet. Ja. So, und davon waren zwei dort und, und die werden natürlich gemieden und keiner spricht mit denen, die sind immer auf Zelle. und ich habe dann mir die von beiden, ich durfte beide kennenlernen, bei beiden in die Zelle rein, mir die Geschichte anhören. Und in beiden Fällen waren da einfach zwei extrem traumatisierte Frauen vor mir. Die eine, die gar nicht wusste, dass sie schwanger ist und dann ihr Kind irgendwo bekommen hat und vor Schock ist in die Mülltonne geschmissen hart. Die andere will ich gar nicht erzählen. Das war so eine krasse Geschichte. Und das macht es nicht richtig und das macht es nicht besser und trotzdem brauchen die Hilfe, Strafe, wie auch immer man das nennen möchte. Aber so, ich war halt auch so manchmal früher so in meinen Aussagen, boah, nee, und sowas geht gar nicht und bläh, bläh, bläh. Und natürlich geht das gar nicht, aber das, das ist ja das Absurde, dass ja jeder irgendwie, der Täter wird irgendwie vorher Opfer war und das so ein ganz furchtbarer Kreislauf ist. Das war auch nochmal so ein Mind-Opener auf jeden Fall. Also so wirklich nochmal so eine ganz andere Stufe. Okay, und was ist danach passiert? Also was war die letzten Jahre? Wir haben ja mitbekommen, Abi nachgeholt. Mittlerweile zwei Ausbildungen. Ja, stimmt. Dieses Jahr hast du ja auch noch eine abgeschlossen. Eine reicht dir nicht. No Angels reicht auch nicht anscheinend. Nochmal No Angels. Genau, aber vielleicht kannst du nochmal so erzählen, weil da war ja einfach viel Zeit, wo du ja öffentlich ja gar nicht so präsent warst. Was ist passiert? Was hast du getan? Was ist auch passiert, dass du jetzt hier vor mir sitzt und wie ich zumindest finde, sehr happy und sehr gelassen und einfach wie eine Person wirkst, die halt klarkommt. Ja, also wie gesagt, also nach No Angels, nach der Trennung ging es mir erstmal sehr schlecht. Habe da parallel mein Abi gemacht, meine Ausbildung gemacht zur Veranstaltungskauffrau und bin, und das war auch die Zeit, in der ich mich dann irgendwann so selbst habe, eingewiesen habe und die Therapien begonnen habe, wo ich die Gruppen kennengelernt habe, wo ich sober wurde, ein Zwölf-Schritte-Programm gearbeitet habe. Na, was ist das Zwölf-Schritte-Programm? Es gibt diese Zwölf-Schritte-Selbsthilfe-Gruppen. Aus Gründen der Anonymität werde ich jetzt nicht sagen, welche Gruppen, aber das ist eigentlich immer dasselbe Prinzip, dass es für ganz viele bestimmte Krankheiten und Symptomatiken gibt, also von Essstörungen bis Drogensucht, bis Alkoholsucht, bis, also das ist für Angehörige von Suchtkranken, das ist eigentlich immer dasselbe Programm, das sind Zwölf-Schritte, die man durcharbeitet. Und die eigentlich die ganze wichtige therapeutische Arbeit beinhalten, die man braucht, um klarzukommen. Weil wenn jemand, der Trinker ist, nicht mehr trinkt oder jemand, der drogensüchtig ist, keine Drogen mehr nimmt, dann geht es der Person scheiße. Und gar nicht nur wegen irgendeinem Entzug oder so, sondern es geht uns einfach schlecht. Es geht uns einfach richtig, richtig schlecht. Und das Programm hilft uns, damit zurechtzukommen. Und ja, wirklich glücklich, froh und frei zu werden. Im Laufe dieser Arbeit habe ich dann auch wieder den Kontakt zu meinen Kolleginnen gesucht und habe halt auch um Wiedergutmachung gebeten. Also um Verzeihung gebeten für meinen Anteil. Und das war eigentlich so von mir aus so die erste richtige Kontaktaufnahme. Also die so wirklich von Herzen war. Jetzt nicht dieses höfliche Alles Gutes zum Geburtstag oder so. Und dann irgendwie kam das dann alles so zusammen. Anderthalb Jahre später oder zwei Jahre später kam dann dieses Ding, hey, nächstes Jahr 20 Jahre und so. Wow, krass. Und dann hat sich das irgendwie so ganz viele Umstände sind zusammengekommen, dass wir dann wieder zusammen auf der Bühne gelandet sind. Und das war nochmal eine schwierige Zeit, weil das unglaublich viele mir getriggert hat kurz davor. Also bevor wir uns alle wieder gesehen haben, bevor wir das erste Mal wieder ein Interview gegeben haben. Unser erstes Treffen, musst du dir mal vorstellen, war bei RTL. Exklusiv Frauke Ludowig. Oh Gott. So, das war unser erstes Treffen. So, und ich war so, okay, ich muss jetzt wirklich beten und meditieren und cool bleiben. Und ich hatte halt diese Ängste, diese irrationalen Ängste, also was heißt irrational, diese Ängste sind wieder hochgekommen, dass man mich wieder zerpflückt. Ja, und da musste ich wirklich viel, viel, viel mit Leuten sprechen und auch da einfach Vertrauen, also raus aus der Angst, ins Vertrauen gehen. Es ist egal, was kommt, dass alles so kommt, wie es kommen soll und dass es gut werden wird. Und das war am Anfang nochmal ein bisschen stressig für mich innerlich. Ich glaube, nach außen habe ich das ganz gut so versteckt. Also ich war auch gut drauf, ich konnte es auch alles genießen, aber es waren doch schon ein paar Ängste da. Aber dann so irgendwie habe ich schnell gemerkt, ey, das geht gut, es funktioniert, so es läuft, ich komme zurecht. Ich war wirklich am Anfang immer schweißgebadet nach dem Interview, also mir ist richtig der Schweiß runtergelaufen vor Anspannung und Unruhe. Und dann auch nach außen das alles so locker aussehen zu lassen, das ist so anstrengend. Das ist so anstrengend. Kennt bestimmt jeder in irgendeinem Maß, hat er das auch schon erlebt. Und das ist eigentlich so das, was ich tue. Und ich bin wieder auf der Bühne mit meinen Kolleginnen und es ist wunderschön, einfach jetzt nochmal auch diesen, ja, diesen schönen Abschluss, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, aber ich weiß nicht, ob wir weitermachen oder nicht. Aber das war für uns alle sehr traumatisch, so ein krasser Abbruch und es fühlt sich auch so ein bisschen an wie so ein bisschen amputiert. Klar hat jeder sich ein neues Leben aufgebaut und hat ein gutes Leben. Ich habe ja auch davor, stimmt, davor habe ich noch in einem A Cappella-Quartett gesungen, war da sehr viel unterwegs auf den Bühnen in Deutschland. Aber es war schon so ein bisschen dieses, okay, wir kommen gerade alle wieder nach Hause. Und es ist jetzt echt schön, nochmal ganz bewusst diese Zeit miteinander zu erleben und auch so das alte Wunden so ein bisschen heilen können und diese Wertschätzung füreinander zu haben und diese Dankbarkeit. Und auch natürlich, wenn es manchmal anstrengend ist oder mich mal ließen, das nervt oder so. Aber diese Grundstimmung ist halt schon so eine krasse Wertschätzung und Dankbarkeit. Genau. Und Sport spielt auch so ein bisschen eine Rolle in meinem Leben. Ich wollte gerade sagen, bitte sag es. Alle hassen dich dafür, aber sag es, Sport ist auch gut für die Psyche. Wir wissen es, wir machen es trotzdem nicht. Genau. Ja, also mir hilft es tatsächlich extrem. Also Sport ist niemals ein Ersatz. Man muss auch aufpassen, dass man sich nicht da auch nicht reinsteigert oder da irgendwas kaputt macht noch. Aber ich habe einfach diesen unheimlichen Bewegungstrang, seit ich ein Kind bin, habe auch mein Leben lang immer Sport gemacht. Und als ich dann wirklich clean wurde und nüchtern wurde und ich wieder Energie bekommen habe und so eine Vitalität wieder in meinem Körper, weil das ganze Gift mal so langsam rausgeht und auch innerlich, dann war ich wieder voll gekickt. Dann war ich wieder voll so, also gekickt. Du merkst schon meine Sprache. Das sagt es ja auch schon so. Da war ich wieder voll drin. Und für mich ist es ein sehr, sehr gutes Tool. und ich habe da auch so verschiedene Phasen in meinem Leben durch mit dem Sport, von gesund bis ungesund, obsessiv bis ich mache gar nichts. Und ich versuche eigentlich gerade so einen Weg zu finden, den Sport nicht mehr als Mittel zum Zweck, um meine Stimmung aufzuhellen oder um dünner zu sein oder um muskulöser zu sein, sondern ich versuche wirklich jetzt so mir dieses Big Picture so zu sehen, dass ich, wenn ich kontinuierlich Sport mache und auf meine Ernährung achte, einfach, wenn ich nicht schon vorher wegen einem Unfall oder einer anderen krassen Krankheit sterbe, eigentlich bis ins hohe Alter die Chance habe, relativ gesund und mobil zu sein und da auch selbstständig zu sein, eben nicht auf einen Rollator oder irgendwas angewiesen zu sein. Ich weiß, das ist jetzt alles ganz schön, vielleicht war ich ein bisschen blöd, dass ich das sage mit 39 Jahren, aber ich mache mir schon Gedanken, dass ich denke, wir könnten so viel heilen, einfach mit Bewegung und Ernährung und das weiß ja auch jeder, aber das ist genauso wie mit dem Alkohol, der so normal ist in unserer Gesellschaft, sind solche ganz banalen Dinge, an denen aber niemand Geld verdienen kann. Ich verstehe das manchmal nicht, ich verstehe es einfach nicht, weil es kostet ja auch so viel Geld, diese ganzen Krankheiten, Diabetes und diese ganzen heftigen Krankheiten und Reha-Aufenthalte, das kostet ja auch das System so viel und ich denke, eigentlich müsste es doch auch im Interesse der Politik sein, dass man das fördert. Also Bewegung, Ernährung. Aber klar, das ist halt ein riesen schwieriges Thema. Da sind wir jetzt auch ganz woanders gelandet im Kapitalismus und da will ich auch gleich wieder raus, weil wir sind ja bei psychischer Gesundheit. Hat alles miteinander zu tun. Richtig, aber es beeinflusst einen natürlich auch. Und ich habe halt meinen Körper wirklich wie Dreck behandelt. Ich habe mir Gifte reingepumpt und immer bis zum Raubbau meinen Körper getrieben und ich versuche jetzt einfach, meinen Körper was zurückzugeben mit guter Ernährung, keine Gifte mehr, mit Bewegung, mit Sport, mit Liebe, mit also alles, was nicht irgendwie so in mir programmiert ist, so dem das jetzt zu geben und das tut sehr gut. Was gibt es noch für Dinge, die du tust, die dir gut tun? Was für einen Dankbarkeitslisten zum Beispiel erwähnt? Ja, Dankbarkeitslisten habe ich wirklich drei Jahre jeden Tag geschrieben. Jetzt bin ich faul geworden, muss ich wieder anfangen. Aber das hat mir sehr, sehr, sehr geholfen. Also, und ich hatte auch immer, die ersten drei Sachen waren immer gleich. Ich bin dankbar, klingt und trocken zu sein. Ich bin dankbar für Schlaf, auch wenn ich nur zwei Stunden geschlafen habe. Ich bin dankbar für Schlaf, ich bin dankbar für meine Wohnung, ich bin dankbar, so, diese Basics erstmal. Weil es wirklich das Denken umprogrammiert und man, dass es halt eben nicht selbstverständlich ist. Und immer wieder, auch wenn irgendwas scheiße ist, ach nee, aber das ist gut und das ist gut und das ist gut. Genau, also Dankbarkeitslisten schreiben finde ich wirklich sehr, sehr, sehr gut und ja, mich verbinden, aber es fällt mir sehr schwer immer noch. Also, wirklich mal jemand anzurufen, zu sagen, hallo, hi, wie geht's dir? Ja, bin auch noch da. So, das fällt mir immer noch schwer, weil ich, ja, so immer so ein Leben so abseits geführt habe. Und, aber das ist ja auch eigentlich nur so ein egozentrischer Spleen, so von mir. Also, ich muss da einfach dran arbeiten. Deswegen genieße ich das sehr, wenn ich im Sport mit Menschen zusammen bin, im beruflichen mit Menschen zusammen bin, mittlerweile, mittlerweile. Oder, wo ich auch wirklich gemerkt habe, dass sich was bei mir verändert ist, als ich in der S-Bahn sitze und mir die Menschen angucke und mir denke, ach, die sind voll schön, die Menschen. Weil ich war wirklich so ein Menschenhasser und ich bin auch wirklich ein totaler Pessimist, was Menschen betrifft. Also, ich bin froh, wenn wir alle ausgestorben sind und dieser Planet seine Ruhe hat. aber so, ich saß da wirklich so in der S-Bahn und dachte mir, wow. Und, da habe ich gemerkt, hey, überhaupt mal auch andere Menschen wahrzunehmen, weil wenn man so in seiner Krankheit ist, können ja bestimmt viele nachempfinden, die sich irgendwie mit, egal welcher psychischen Krankheit, auseinandersetzen müssen. Man ist ja nur noch mit sich selbst beschäftigt. Ja. Ja. Das ist ja ganz furchtbar. Okay, Nadja, eigentlich war es das jetzt schon, außer du hast noch irgendwas auf dem Herzen, was ich nicht erwähnt habe. Ja, also erstmal vielen Dank für das schöne Gespräch. Danke dir. Es ist ganz toll, dass es diesen Podcast gibt und ich möchte eigentlich allen Betroffenen Mut machen, sich Hilfe zu suchen. Es gibt eine Lösung und man darf auch hinfallen und Rückfälle haben. Das Einzige, was wirklich zählt ist, wenn du den Wunsch hast, clean zu sein, trocken zu sein, wende dich an Ärzte, such dir Gruppen. Im Internet kannst du wirklich überall, alleine hier in Berlin gibt es irgendwie, ich glaube, 800, 900 oder noch mehr Selbsthilfegruppen. Es gibt jeden Tag irgendwo ein Meeting und mehrere Meetings, wo du hingehen kannst. Genau. Und auch für Angehörige, weil es ist ja wirklich auch eine Familienkrankheit. Also es zerstört auch alles drumherum. Für euch gibt es auch Angebote, für die Co-Abhängigkeit. Ihr müsst es nicht mit euch selbst alles ausmachen. Genau. Und wie gesagt, also es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Die gibt es nicht. Also es gibt für jeden Hoffnung und das Leben hat wirklich noch so viele Wunder für einen parat. Und genau, deswegen hol dir Hilfe und gib dich nicht auf. Ja, vielen, vielen Dank. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Infos zur Folge, Begriffserklärungen und Hilfsangebote findet ihr auf kosmoradio.de oder auf unseren Social Media Kanälen. Solltet ihr euch betroffen fühlen, kontaktiert bitte umgehend die Telefonseelsorge online unter telefonseelsorge.de oder unter der kostenlosen Hotline 0800 111 0111 oder 0800 111 0222 Weitere Informationen gibt es auch auf www.deutsche-depressionshilfe.de